Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr, die andere Map zu machen. Wir werden es sehen. Ich bin gerade irgendwo bei Asteroiden gelandet. Das erinnert mich an meine Jugend. Warte, was? Ich bin einfach nicht mehr. Ich bin nicht. Passt. Alles gut? Hab Angst. So, wo müssen wir jetzt gehen? Okay, die Konzentration hat sich gedreht. Das wüsste ich auch gerne. Was? Wie? Hilfe. Was ist zum Kuckuck? Was passiert hier? Wo muss ich lang? Bin ich zurück oder bin ich voran oder was? Ich hab's gefunden. Ich weiß es auch nicht. Hilfe. Oh, da muss ich lang. Wo bin ich? Oh, ich bin drin. Du musst da die Wände hoch. Interessant. Alter Schwede, was ist denn hier so kaputt? Was zum... Ach, du Scheiß da. Was passiert hier? Da lang muss ich. Interessant. Oh Gott, ich sehe da noch Sachen, die schlimmer aussehen. Ja, hab ich auch gerade. Oh Gott. Oh Mann. Du musst jetzt auf die dunklere Fläche von dem Holz. Da rechts ran vorbei runter. Ja, ich stehe. Nein, äh, an die Seite am besten. Was zum... Du sagst Seite. Du sagst es nicht, welche Seite. Links. Ach, komm. Alles verdattelt. Hilfe. Oh, äh. Hilfe. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe diese Map ganz besonders lieb. Das will ich jetzt ersuchen. Das wird hier meine Lieblingsmap. Ah, Mist. Eine neue Lieblingsmap. Okay, ich liege ganz gut. Ich glaube, ich könnte das... Ah, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Immerhin sind wir schon beim zwölften Loch. Wir sind da drüber gesprungen. Ich vergesse andauernd, dass wir Springen anhaben. Nein. Wir sind am zwölften Loch schon. Hilfe. Nicht mehr lange, Prof. Nicht mehr lange. Es ist schon noch Nummer zwölf. Oui. Man kann übrigens mit der Maus auch schwenken. Das ist das Interessante. Man kann die Map drehen. Ah. Äh. Was? Wir sind schon wieder hinterm Staat gespawnt. Die Map ist selbst verwirrt. Juck. Oh Gott. Oh nein. Kann mir mal jemand einen Gefallen tun? Und den Ersteller dieser Map schlagen? Ja. Das ist doch schon mal gesprochen. Ins Gesicht, bitte. All in one. Ins Gesicht. Ich fliege. Was ist das? Boogie. Ich hab'n Boogie. Na komm. Modi, du schaffst das auch. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Doch. Du musst das schaffen. Du musst es drauf geben. Meine Nase ist verstopft. Ich bin mal wieder erkältet. Ja. Ja. Juhu. Modi hat's geschafft. Hippie. Okay, wo sind wir jetzt? Loch 13. Oh Gott. Ist das Loch 13 noch? Eine Nacht nicht schwingen. Was? Hüpf. Ja. Ja, bist du fertig mit Rollen? Das sagte er. Ah, okay. Geh hoch. Kamera, hör auf, solche Dinge zu tun. Vielleicht wir müssen hier nach. Ich stimme zu. Du kannst auch schwenken mit der Mausproff. Du kannst schwenken. Ich liege auf dem Rand der Map. Was? 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 Ja, ich auch. Hilfe! Ich auch. Was zum Fing? Was? Was? Was läuft hier? Was macht ihr das? Die sind noch super scheiße. Äh, was? Was? Ich bin hier bei Loch 13. Das ist ja auch. Der Nagy hat so viel Spaß bei Projection, dass er wieder direkt hinfliegt. Ja. Du fliegst in die falsche Richtung. Das kann ich schaffen, das kann ich schaffen, das kann ich schaffen. Er ist in die falsche Richtung. Ja, ich bin drin. Ich bin noch. Das kann ich erzählen. Stimmt ja. Da war was. Oh Gott. Das ist ja nice. Äh, was? Was zum... Oh Gott, ich bin gesprungen und es war ein großer Fehler. Dann spring doch nicht. Ich bin durch mindestens drei Grafikstationsfelder geflogen. Ich würde das auch probieren. Diese Map ist spitzenklasse. Oh Gott. Diese Map ist super. Ich hab Angst. Ja, springen könntest du umbringen. Oh Gott, oh Gott. So wie ihm ist noch nicht schlecht. Juhu. Also mir ist es noch halbwegs gut. Ah, ich bin beim Loch. Irgendwie. Ja, toll. Ich hab Angst. Ich würde mal gerne wissen, welcher Zuschauer das bis zur Entne geguckt hat. Also wer das... Oh. Wo zur Hölle bist du? Ich hab Angst. Also wer das jetzt mal hier gesehen hat, also der Zuschauer, der das bis hierhin gesehen hat, der schreibt mal jetzt Gravitationswelle in die Kommentare. einfach mal, einfach mal machen. Jeder, der bis hierhin geguckt hat, einfach jetzt mal, mach das mal. Gravitationswelle. Gravitationswelle. Wahrscheinlich so, das Video hat eine Million Aufrufe und ein Kommentar. Da seid ihr auch wirklich die besten Zuschauer, wenn ihr jetzt bis hierher, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Oh nein. Okay, wir müssen dann durch. Also wer das hier hört, der ist echt der Gäste. Schau, nein, wir haben Brand geklebt. Hilfe. Und ich falle. Da drüben ist das Loch. Immer wieder. Oh nein. Was zum Fick passiert hier? Ich war im Loch. Ich war aber auch beim Loch, aber halt nicht beim richtigen. Was mache ich hier? Oh. Ich bin im Loch. Nein, das war ich. Da wird Buggi. Scheiße. Nein. Ich habe es irgendwie geschafft. Ich auch. Nein. 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 Ja. Ich dachte, wir spielen heute mal Gölfen, um mal ein bisschen was Entspannendes zu haben. Um mal so ein bisschen was, wo man ein bisschen abschalten kann. Wo man ein bisschen mal was anderes machen kann. Ui, ui, ui. Joa. Draufgeschissen. Oh. Ah, ich bin durch. Nein, ich bin zurückgefroren. Ja, ich bin im Loch. Was zum. Ja. Nein. Auf eine gewisse Weise fasziniert. Die Map finde ich auf gewisse Weise auch irgendwie faszinierend. Auf eine schreckliche Art. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Irritierend, aber auch faszinierend, ja. Auf eine gewisse verschreckende Art. Zwei haben wir noch. Puh. Na komm, das schaffen wir jetzt noch. Wir haben erst 19.30 Uhr. Wir haben übergeflogen. Wir haben es jetzt 19.30 Uhr, Leute. Oh Gott. Eine halbe Stunde haben wir schon. Oh, jetzt müssen wir. Bin ich richtig? Ja, keine Ahnung. Äh, äh, äh. Oh, nein, es ist vorbei. Fick die Hände. Du weißt, dass du gerade voll zu sehen bist, ne? Schön. Sonst soll man mich halt bis auf die Straße hören. Ey, jetzt geh, gefällig. Ey. Was? Zum. Fick. Vorbei. So. Äh. Kleine Notiz an mich. Hier schneiden. Nö, das wird nicht rausgeschnitten. Nö. Das Blech ist drin. Schrei ins Mikro, damit es einen Ausschlag gibt. Nee, bitte nicht. Das bleibt jetzt bei mir drin. Das bleibt jetzt bei mir drin, Mordi. Nee, bei mir war hier gerade jemand volle Kanne durchs Spielknäufe, die das Fenster neben mir zumacht. Mordis Mama ist mal wieder dabei. Ja. Ich hab das noch, noch gefunden. Mordi. Mordi, ich hab eine, ich hab eine zeitbezuhende Frage für dich. Ja. Wann? Wann ziehst du bei den Eltern aus? Sobald ich's mir irgendwie leisten kann. Ja. Sieht ja momentan nicht so gut aus bei mir. Es ist... Äh. Äh, ja. Diskret. Dein Erz hier. Nee, dein Dieter. Das sieht unangenehm aus. Aber sehr unangenehm. Äh. Tja. Oh, ich bin doch drauf. Wie? Mit Teng und Würmen. Mordi, da muss man... Mordi, da muss man auch mal... Oh, ich bin schon dran. Okay, das ist ja... Okay, das ist... Mist, ich hab dich nicht mehr gesehen. Was? Ich hab mich gerade irgendwie richtig seltsam gedreht. Wo bin ich? Nein, 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 nein. Oh. Und ich falle durch Löcher. Was zum... Klingt nach meinem Sexleben. Was? Was zum... Du hast ein Sexleben? Natürlich. Stell dir mal vor. Du etwa nicht? Ah, klar. Doch. Oh Gott, ich bin noch drauf. Mitglieder der Partei, die Partei haben wilden und befriedigen Sex. Oh, bin ich? Lag der und wischte sich diverse Schweißtropfen von der Stirn. Haha. Schlag ins Loch und Notze, quer das Unidasum. Also wie können Leute das mit einem Schlag schaffen? Gar nicht. Ich bin zu wiss, die Map kann man nicht mit einem Schlag schaffen. Oh nein, das hat die Map schon gar nicht. Kann man die Map überhaupt schaffen? Das ist bestimmt geschafft. Kommt man hier überhaupt irgendwo lang? Nein. Im Loch. Kommt man hier überhaupt irgendwo lang? Ach so, da oben ist das doch. Ach du Scheiße. Ja. Komm schon, komm schon. Nein. Nein. Thank you for playing. Ja. Ich dich auch. Schön ist ein Name nicht hingeschrieben. Ich bin im Loch. Wie oft darf man? Zwölf. Nein. Einen hast du noch. Nein. Doch. Schrei mehr damit. Kackgolf ist das. Oh, ich hab gewonnen. Kackgolf hat die Map gemacht. Kackgolf. Und ich hab das Obrero. Oh, Military. Ich hab Mut. Ah. Zu beenden. Spanische Flagge bekommen. Yeah. Ah, da bin ich. Bin ich auch mal reingekommen. Gut, ich hab die Musik ausgestellt. Ich hab keine Musik an. Bouncy ins Bouncy. Okay. Mhm. Bereit. Na komm. Loading Custom Map. Bereit. Los geht's. Perfekt. Dann starte ich. Welcome to Apes Hole. What the hell? Hole in one is possible on every track. Ja. Ja. Hab ich auch schon bei jedem geschafft. Also, die Map ist relativ beliebt immer. Uh, Ladies. Was? Hole in one. Ich guck mir jetzt erstmal die Map an. Dafür haben wir einen 3 Minuten Timer. Was? Okay, Hole in one hab ich mal nicht geschafft. Die Bananen zeigen immer an, wo der Hole in one Weg ist. Ah, okay. Also bin ich schon mal nicht auf dem Hole in one Weg. Dann bin ich schon mal auf dem falschen Weg. Und hinlern auch. Gott. Ich hab die Map noch nie so gesehen. Wieso? Ups. Wie hast du die Map so gesehen? Ich hab mir die noch nie angeguckt. Ich hab immer nicht auf den One Wege genommen. Aha. Und drin. Einfach dreimal am Loch vorbeigesprungen. Jo. So muss das. Und drin. Was? Schon vorbei? Ja, die ganze Welt ist jetzt vorbei. Das sagt gerade bei mir so was. Ja, die ganze Welt ist jetzt vorbei. 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 Ja, die ganze Welt ist 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 vorbei.